Hola Amicos! Welcome back to einem neuen Video von... Was ist passiert? Ich hatte vor kurzem wieder mal ein Interview mit einem Schüler, der seine Vertiefungsarbeit über Fitness und Bodybuilding macht. Und ich werde da oft angefragt von den Schweizer, ob ich das Interview mit ihnen machen könnte. Selbstverständlich. Jedenfalls, die Fragen sind dort meistens die gleichen. So Standard, wie viel trainierst du, wie lange trainierst du, wann hast du bekommen und so weiter. Dieses Mal kam aber eine Frage, die ich noch nie gehört hatte und die ich wirklich sehr gut finde, weil ich mir diese Frage, wenn überhaupt, schon sehr lange nicht mehr gestellt habe. Und zwar, was bewegt dich dazu, diesen Lifestyle so intensiv auszuleben? Also, was sind meine Beweggründe? Und da musste ich wirklich mal überlegen. Wieso, zur Hölle, tue ich mir das überhaupt an? Seit bald sechs Jahren. Und ich habe mir zuerst mal Folgendes überlegt. Tue ich das, um jemandem etwas zu beweisen? Ganz bestimmt nicht. Das ist etwas, Leute, tut das nie. Genauso wie der zweite Punkt. Mache ich es, um jemandem zu gefallen? Hell no. Wieso auch? Ihr seid die einzige Person, der ihr gefallen solltet. Und das wäre es. Oder drittens. Mache ich es, um normal zu sein? Oder den anderen zu folgen, dazu zu gehören? Diesem ganzen Hype jetzt im Moment? Nein. Damals gab es diesen Hype sowieso nicht. Also, wenn ihr denkt, ihr seid ein Freak, stellt euch mal vor, wie das für mich oder auch Mischa oder auch andere Leute, die das seit fünf, sechs Jahren oder mehr machen, wie das damals gewesen sein muss. Also noch viel schlimmer. Also, diese drei Gründe sind nicht der Fall. Sollten es auch nie sein. Egal, was ihr macht. Wenn jemand etwas sehr ernst nimmt, ist das für viele Menschen komisch, weil sie das nicht kennen. Weil sie diesen Ehrgeiz, diese Willenskraft, diese Motivation nicht kennen. Jo, machen wir mal. Jo, ein bisschen hier, ein bisschen da. Nein, so nicht. Ganz oder gar nicht. Und jetzt mein Beweggrund. Ganz einfach. Ich will mich als ganze Person, meinen Körper, meinen Geist, alles weiterbringen. Übers Limit hinaus. Und das jeden verdammten Tag. jeden Tag besser werden. Nicht nur sportlich, sondern auch mental. Und dieser Sport, ich sehe so viele Parallelen zwischen Bodybuilding, dem ganzen Lifestyle und dem ganzen Leben. Motivation. Morgens aufstehen und zur Arbeit zu gehen. Ich weiß, ich weiß noch, wie es ist. Es war nicht immer einfach, aber es gehört dazu, aufstehen und pünktlich zu arbeiten. Punkt. Wenn ihr was vorhabt, wenn ihr was machen wollt, dann tut das verdammt nochmal. Und verschiebt es nicht auf morgen, auf übermorgen, auf nächste Woche. Nein. Macht es oder lasst es sein. Und drittens, dieser verdammte Ehrgeiz. Das müsst ihr haben. Unbedingt. Das gehört zum Leben zu. Wenn ihr was erreichen wollt, dann fokussiert das. Und jeder Stein, der euch im Weg ist, rollt den auf die Seite. Jeder Baum reißt ihn aus. Geht zum Ziel und fokussiert das und gebt alles, eure ganze Kraft, um dahin zu kommen. So. Und mein Beweggrund, wie gesagt, ist nur, ist eigentlich nicht so spektakulär, wie manche jetzt vielleicht erwartet hätten, sondern es geht mir wirklich nur darum, mich voranzutreiben. Ich bin jetzt 23 Jahre, ich habe noch sehr viel vor mir, trotzdem sehe ich, dass viele in meinem Alter sich schon zufrieden geben. Morgen zum 8 Uhr, anfangen zu arbeiten, dann Mittagessen, dann nochmal arbeiten, Feierabend, nach Hause und repeat. Gut. Wem dieses Leben gefällt, soll das so machen, aber ich wusste schon immer, dass ich dieses, ja, ich sage dem 0815 Leben nicht will. Ich will, was Spezielles. Alles, was normal ist, ist für mich scheiße. Alles, was abnormal ist, crazy, verrückt, finde ich gut. Wieso müssen wir uns anpassen? Wieso sollen wir uns anpassen? Niemand hat das Recht, uns zu steuern. Also, genug gelabert, sonst geht dieses Video dann noch irgendwie in einer halben Stunde. Ganz einfach. Was ich euch eigentlich mit diesem Video vermitteln wollte, ist diese drei Punkte. Macht nichts, um anderen etwas zu beweisen. Macht nichts, um anderen zu gefallen. Und vor allem, seid kein Mitläufer. Macht beide Dinge. Alles, was ihr macht, macht es aus Überzeugung und macht es für euch. Nur für euch. Okay, gut. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe, das Video konnte euch trotzdem helfen. Mich würde noch Wunder nehmen, was sind eure Beweggründe, wenn ihr die mit mir, mit uns, mit mir und Antonio, mit der Community teilen wollt, dann schreibt diese doch bitte unten in die Comments. Würde mich eigentlich noch ziemlich interessieren, wie ihr das so seht. Gebt ihr mir recht, findet ihr, ich sei verrückt, was auch immer. Seid offen, seid direkt, seid ehrlich. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Und bis zum nächsten Video. Andios. Amigos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.